willkommen zu einer weiteren folge call of duty modern warfare 2 2 wollte schon sagen 3 ich komme durcheinander so ich würde direkt sagen ja wir gehen direkt wieder rein und mit pfarrer servus die Nassau das war eine Fahne natürlich und dann die sich für die Bewertung und alles ja ich habe ich die ganzen und mich die ganzen anderen nicht gemacht wir können es auch nicht gesagt und so weiter aber natürlich bedanke ich mich dafür ist selbstverständlich so wie gehen schnackig schnackig ich bin am Container servus wir brauchen einen Notfallplan Commander auf meinem Schiff sind GPS-Sender bringen sie an den Raketen an dann verlieren wir sie nicht ich muss noch die Container finden Dena würde wissen wo sie sind ich sage dir ganz ehrlich wir gehen einfach ins und rein ganz geile Waffen oh ja bin ich auch glummisch aber egal es bin jucke JLTV ist in Bewegung ok bro ok 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 was machst du da was machst du da was machst du da was machst du da Mensch oh shit bro ich bin schon oben nicht oben fps Es ist ehrenlos, wenn man von da hinten kommt, ja. Bro, ich muss erstmal kurz wieder hier durchblicken. Ich weiß gar nicht, hab mir so ein Dart gemacht? Ich hab keine Ahnung. Oh mein Gott, da ist jemand. Das war's. Pass los auf, die alarmieren den ganzen Hafen. Okay Bro, alles gut. Wir gehen hier rein, holen uns das und das. Und das hier, auf lecker. Kann ich nicht besteigen. Nicht, das war's. Wir brauchen die GPS-Sender vom Boot und die Fastliste aus dem Turm Kilo. Ich bin dabei, Bro. Boah. Lass mich kurz. Geht nicht. Oh ja. Guter Angriff, Vater. Au, yo, Bro. ok bruder komm mal runter was ist mit euch chillt mal chillt mal eure nüsse bitte ja ich musste bei mir gehen mach mal zum schiff ich weiß nicht was mich noch erwartet und so da hinten das ist ein ganz schön actionreich wir gehen mal schnell schon im Schiff und anledigen das da hinten auf Ehrenboden-Basis und dann vielleicht kriegen wir auch ein Steigseil und so ich muss ehrlich sagen ich habe die Mission in der Stunde gespielt wie in den ganzen Testen ne aber ich habe einfach alles vergessen ich bin einfach komplett los ich weiß einfach gar nichts mehr wo das ist hat eine Bombendrohne da liegen das C4 da ist vorsichtig da spielt doch Pitch da ist noch jemand nähre mich dem Frachtschiff so ein komischer dahinten wo ist der von hier aus komme ich nicht aufs Schiff ach jetzt habe ich Klemmenbrühe äh Dinge du bist doch, such nach einer Steigklemme ja ich bin auf dem Schiff Steigklemme genau so heißt das um auf der Brücke sein nein alles unter Kontrolle nein alles unter Kontrolle Scheiße 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 Can you help me Pitch, can you help me Ey War hübsch anzusehen so den ersten, wir haben gleich die ersten Sache müssen aufpassen komm runter, Bro ich geh einfach rein schnell auf Ehre oh ja ok wo war denn das ich hab's komplett ich hab wirklich die meisten war das hier ich glaub ja oh lecker Panzer sehr gut jetzt geh zum Turm und hol die Frachtliste Dings Team geil äh 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 ist ja da war du Eierkopf Mensch wenn das noch jemand oh mein Gott er ist einfach Handballer geworden ich geh runter und wir steigseilen äh steigseilen steigseilen steig Dings hier und wir gehen ganz schön lecker jetzt da hoch gleich sniper die und dann sind die broken die was los ich muss mal ein bisschen hier auf 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 sicherheitenmodus sonst bin ich schlecht gut wenn ich so bin ich ehrlich wenn ich darauf auf Ehre danke ja 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 du hast ja wirklich komplett los zu gehen und ich war auch komplett los ne oh ich war auch komplett los ne oh oh ich will nicht ich will was geiles oh 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 jetzt nehme ich die doch bleib außer Sicht Conny ist auf der Jagd alles gut wir holen die ok let's go du mal reicht das Büro der Hafenmeisterei ist im zweiten Stock sieh da nach sieh da nach die nehmen wir ein bisschen noch mehr so ich habe alles safe oh wichtig stimmt ero ero das geht auch noch mal um lebt nur lieb sich einfach immer noch ich fass es nicht ok die sind ja richtig motiviert die ich bin dabei ich bin dabei ich bin dabei die gehen wir hier hoch auf schmacko einfach die kommen für dich einfach zu wo so und gewohnt ehrlich so was geht denn da hinten ab hier die haben alle sniper dann hole ich auch sniper bro warte ohne die Sender werden wir die Raketen nie wiedersehen hau rein Kilo ja kann ich mal kurz meine sniper holen hier und die sniper holen dann hole ich mir auch sniper ganz einfach die sache hier wirklich ganz einfache sache wollen wir auch nicht diskutieren Conny ist auf der Jagd hast du draußen auf dich auf die kleinen Conny Stigi also die können echt meine au pair zerlecken hier Conny komm zu dir Pfarrer hier ihr hätt einfach er ist einfach der beste ne er ist einfach der beste Bro oder ich treffe einfach nicht weil ich einfach wie er zu bad bin das kann es auch sein Conny will diskretent Fahrer rechne mit Kontakt jetzt hab ich ihn den hab ich nicht warte den stoppt nur uns noch hab ich auch wenn ich jetzt jetzt schießt noch ein dolly auf mich hier unten oh das war sniper das war 100% sniper ne immer so nebenbei das ist die 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 drohne noch ich bin dabei ich probiere alles nur hält es mich nicht alles gut ich habe lmg was soll mir schon passieren nicht nach ok ich würde sagen wir gehen einfach rein alles gut alles gut aus der Kontrolle hoffentlich ich bin dabei kannst du kannst du kurz einmal mich in Ruhe lassen auf Ehre das wir nicht gebraucht ich liebe die Doppelvisier dahinter ist so OP so eine Erleichterung wenn man so ein Visier hat so da ist noch jemand Kilo passiere den Sender ich bin dabei ihr habt den nächsten gefunden schwer bewacht jetzt alle Stationen letzter Sender aktiv Conny haut mit beiden Raketen ab bestätigt du hast erreicht was wir mussten das übrige wird voll Eko alles gehört laut und deutlich Conny bricht auf wir sind am Leben es ist noch nicht vorbei Eko und Kilo bist du ok alles ok komm her roger unterwegs zu dir sabini jadina rachalion jidfaltungen Bordek Kommander unsere Raketen dienten der Abschreckung Frieden durch Stärke Krieg findet immer einen Weg zurück hierher er war nie weg Russland will dieses Land sie kriegen es nicht und jetzt verfolge ich die Container ich begleite dich nein kümmere dich um die Toten und alarmier die Truppen Russland ist zurück in Urzistan Shadow Company ist mit verwickelt sie wollen sich ja auch mitmischen Stimmt ich muss dringend jemanden kontaktieren und tut mir leid mir wirklich wie die lecks ich kann dagegen wirklich nix tun Gar nix kann ich dagegen tun Hameraden Wir sind wieder vereint! Euer Einsatz, als ich fort war, und der Erfolg heute verdienen Zuspruch. Und Verabschiedung. Ivan, wegen dem, dass du meinen Plan verabschiedst, wir verloren haben. Es ist ein sehr wichtiges Zeit. Und das Zeit, das alles verabschiedet wird. Kommandant, ich habe eine richtige Entscheidung. Ich war nicht hier, aber ich war alle, die ich nicht hier bin. Ich habe alle Zeit bei euch. Der Feind hat neue Macht an sich gerießen. Die ULF-Stahl wieder die Kontrolle in Urzikstan. Die Zeit ist gekommen, und wir werden Ihnen die Bedeutung wahrer Macht zeigen. In diesem Kampf geht es um Wahrnehmung. Eine Lüge pflegt, doch die Wahrheit kriegt daher. Kontrolliere, was Menschen glauben, und du kontrollierst die Welt. Das ist unsere Waffe. Und nutzen werden wir sie. Für russische Ehre. Für Russland. Das wahre Russland. Der Westen lebt Entscheidungen. Er hat nur eine Wahl. Er muss tun, was wir wollen. Jede Sekunde zählt. Als Makarov entkam, mobilisierte er seine Armee an mehreren Fronten. Conny griff den Urzikstan-Hafen vor Sonnaufgang an. Fahrer war dort. Verletzt. Negativ. Ihr Team kämpfte, erlädt Verluste. Fügte Conny selbst Schaden zu. Sehr gut. Was war denn im Hafen? Eine Lieferung amerikanischer Raketen. Conny hat doch eigene Raketen. Was will Makarov mit diesen? Finden wir's raus. Ich verfolge sie. Sobald ich etwas weiß, greifen wir ein. Du sagtest mehrere Fronten, Laswell. Gib uns ein Ziel. Conny nähert sich in diesem Moment einem Atomkraftwerk in Urzikstan. Ist es noch aktiv? Nicht mehr seit dem Sieg der ULF über Barkov. Was ist Standort? E4, sobald ihr könnt. Roger. Gust und ich sehen uns rum. Soap und Gas sichert den Perimeter. Wenn Makarov nur Blearwaffen will, müssen wir ihn stoppen. Verstanden. Dann legen wir mal los, Bravo. Eine Minute. Graf! Kiste ist bereit. Das ist unsere Ausrüstung, falls wir Sie brauchen. Werden wir. Rampeln! 30 Sekunden! Okay, Ziehhöhe ist 2000 über dem Boden. Schnappe Sache! Typisch für uns. Wir treffen uns am Sammelpunkt. Check! Fertig! Los! Diese Mission ist auch übelst gell. Ich sage aber ehrlich, die ist auch ja so lang. Wir werden nur landen und dann werden wir die in der nächsten Folge 100% machen. Watcher 1 an Bravo. Aufklärung am Himmel. Achtung! Conny hat drei Helis am Boden. Positionen sind durch orangefarbenen Rauch markiert. Extraktionspunkte für das nukleare Material. Genau! Ich stelle es jetzt hier hin. Die Helis sind die Primärziele. Zerstören wir, wenn wir diese Bedrohung eindämmen. Roger! Ja. Ähm. Ja. Genau. Das war es mit der Folge. Lass eine Bewertung da. Und ähm. Check natürlich alles ab. Kommt auf dem Discord. Und ähm. Ja. Lasst einfach ein Abo da. Ich ja. Bitte. Bitte Abo da. Ja bitte. Nein, macht was er wollte. Kommt einfach. Keine Ahnung. Genießt es. Und ähm. Reicht mir schon, wenn ihr es schaut. Und vielleicht was Kleines in den Kommentaren da ist. Ähm. Genau. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Jeni.